Hi, ich bin Scarlett und ich liebe die Kunst. Und zwar mit allen Facetten, egal ob es Musik ist, ob es Kunst, also Kunst ist, ob es die Malerei ist, das Schreiben oder jetzt das Schauspiel, das ich jetzt im letzten Jahr auf der Film-Acting-School noch weiterentwickeln durfte. Ich bin immer auch dabei, mich selbst zu entdecken und immer wieder neu zu erfinden. Und ich glaube, das ist auch das, was einen guten Schauspieler ausmacht. Und ich will genau dahin und mein Ziel verfolgen, eine supergute und authentische Schauspielerin zu werden.